Das ist schön hell. Mal gucken, ob das so geht. Okay, langsam anfahren. Scheiße, ich bin abgerissen. Was machst du denn da? Weiß ich auch nicht. Ein Feuerwehrknoten. Du bist mir auch so ein Feuerwehrknoten. Das ist ein Feuerwehrknoten. Das ist ein Feuerwehrknoten. Gut. Na gut, dass mein Nummernschild nicht zu sehen ist so auf den Videos. Da können wir ruhig bei YouTube einstellen. Ist das geil. Hallo. Boah, der fährt an, ey. Boah, der fährt an, ey. Das Problem ist, ich hänge so zu weit. Ja, das ist irgendwie scheiße. Ich wollte gerade sagen, den bloß Gas raus. Boah. Jeha. Wie schnell fährst du? Fahr ein paar Kurven, ich hab dich jetzt drauf. Ich auch? Nein, du nicht. Ich muss erst anhalten, wenn ich rechts vorhin bin. Soll ich ruhig mal anhalten oder wie? Wo geht's denn weiter? Wo geht's denn weiter? Wenn wir rechts überlegen, fahr gerade auf dem Feldweg. Ja, fahr rechts oder so. Ne, links. Ne, doch rechts. In Fahrtrichtung rechts. Komm mal langsamer an. Langsamer. Also, ein bisschen scharf bremsen, so meine ich. So und du? Er hat Spaß, ne? Ja, er hat Spaß. Wuhu. Soll ich Gas geben? Jetzt kannst du Gas geben. Jawoll! Ich lebe noch. Scheiße, so kann ich das nie fahren. Aber nicht mit mir. Mit mir brauchst du erst mal 10 oder sowas. Ja, 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 ja. Wirklich, ganz langsam. Ganz langsam. Und niemals loslassen. Das war eben aber zu langsam. Nein, 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 nein! Das war nicht zu langsam. Doch, das war zu langsam. Musst du einfach. Du musst dich auch mal für eine Kante entscheiden. Genau. Das war aber sehr gut. Nicht losgelassen. Oh, mein Arsch. Ich hab jetzt das aufgelenkt. Tschüss, steinhart gefisste. Jetzt hab ich den spektakulären Schutz nicht drauf. Halt! Ich hab jetzt das nicht auch mal gemacht. Ich hab jetzt den spektakulärekt. Ich hab jetzt das alles depending auf an uns herumluft. Vielen Dank.